Ihr Hausmeisterservice und Partner im Trockenbau in Werdum. Wir bringen Arbeiten rund ums Haus auf den Punkt und liefern Ihnen von der Aufmaßung bis zur Umsetzung alle Schritte aus einer Hand. Zu unseren Leistungen zählen sämtliche Trockenbauarbeiten und Maßnahmen im Innenausbau. Im Rahmen unseres Hausmeisterservice leiten wir Reparaturen und Wartungen in die Wege, liefern Ihnen Wärmedämmungen vom Keller bis zum Dachboden und noch vieles mehr. Kontaktieren Sie uns gerne.